In diesem Video geht es um den Grundriss, Aufriss und Kreuzriss von geometrischen Körpern. Der Grundriss entspricht der Ansicht von oben. Bei einem Grundriss siehst du den Körper so, wie er beim Anblick von oben aussehen würde. Grund-, Auf- und Kreuzrisse sind Normalprojektionen. Das bedeutet, dass der Körper im rechten Winkel auf einer gerade Ebene abgebildet wird. Der Aufriss entspricht der Ansicht von vorne. Der Kreuzriss ist die Ansicht von der rechten Seite aus. Hier siehst du noch einmal alle drei Normalrisse auf einen Blick. Die Normalrisse werden oft nebeneinander und untereinander angeordnet. Diese hier im Video grünen Verbindungslinien werden Ordner genannt. Es gibt auch die Möglichkeit, mit der Ansicht von links einen vierten Normalriss zu ergänzen. Verdeckte, sogenannte unsichtbare Kanten werden wie beim Schrägriss strichliert eingezeichnet. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen.